Konzentrieren hier, ey. Ich kann mich kaum, kann kaum was sagen. Weil die Viecher mir jetzt Angst machen, die Großen hier. Ey Katze, halte mal die Schnauze. Ach, die machen Damage. Oh, okay, für den brauch ich zwei Hits. Das ist hart. 20 Seelen. Was zum Teufel. Oh, hier unten, hier, 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 hier nicht, hier gehen die Frames wieder, hier nicht. Da liegt irgendwas. Gut, folgen wir dem, ja, geh ich da zuerst rein oder geh ich zuerst weiter runter? Ach, was mach ich denn? Bin mir unsicher. Verdammt und zugenäht. Holy fuck. Oh, da unten war wieder ein Zauberer, ne? Ja, na klar. Er trifft mich natürlich instant. Ich geh zuerst hier lang. Warte, mit Gauksfallen krieg ich noch bestimmt Daumen. Oh, oh, okay, ja. Ist so freundlich und... Kommt in meine Richtung. Was? Ach, kommt schon, Alter. Diese Pfeilen verschwinden. Diese... Ey, diese... Scheiß Glitch... Glitch-Geschichte hier. Dings in Dark Souls. So, diese Pfeilen, dass sie... ...an unsichtbaren Wänden hängenbleiben. Okay, du stürzt ab. Das ist... Vollkommen okay. Ah, fuck. Jetzt hab ich ein Estos Flakon umsonst getrunken, toll. Also, da sind wir schon bei vier. Ey, wir sind schon bei neun. Wir sind nur noch rein, ne? Ja, ja. Pass auf, Menschlichkeit. Ja, toll. Weiß ich selbst. Ich muss Schokolade essen. Ich mach so gut wie gar kein... Damage. 20 Seelen, was ist denn das für eine Scheiße? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Wie die Nase huckt mir immer noch. Scheiße, ey. Boah, was sind das für Wege, Alter? Was sind das denn für Wege? Aber eiskalt reingerutscht. Ah. Gott. Gott, im Himmel. Stirb. Schwarze Flamme. Oh, ist das Zauberei oder Pyromantie? Pyromantie wär geil. Schwarze Flamme ist geil, ist Tatsache Dings. Brauch ich keine Intelligenz oder Wille für. Sehr schön. Cool. Weißt du, wie viel Schaden ich mach? Kein Plan. Da steht da generell nicht da, wie viel Schadenzauber an sich machen. Da steht nur, was für Azimute die benötigen und wie und wie viel Slots, also wie oft du die einsetzen kannst. Gut, dann folgen wir jetzt dem Weg der Katze. Diese komische Katze, die ja dauernd verschwunden ist. Sagt mal, was, was, was immer es sich mit, was immer es sich mit, was immer es sich mit der Aussicht hat. Oh, ist die Farge? Ja, die ist aber dauernd so verschwunden, weißt du? Ich gebe jetzt mal zufutter und knacke, ne? Bist du gleich. So aufgelöst. Okay. Ich wollte nicht runter, ich wollte hoch. Allerdings war ich jetzt nicht da, wo ich auf die Menschlichkeit zum ersten Mal getroffen bin. Da muss ich noch lang. Weil ich bin dann da versehentlich runtergefallen. Königlicher Wald. Pass auf, Geheimnis. Pass auf, Schleichweg. Wo soll der sein? Hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ist der hier? Wo komme ich jetzt raus? Bin ich wieder hier? Ist das eine Eidechse? Tatsache, das ist eine Eidechse. Okay, ich bin jetzt hier hochgefahren. Hier sagt er was für ein Schleichweg. Okay. Bin ich jetzt auf der anderen Seite? Ne, jetzt bin ich hier, wo Artorias war. Ja, okay. Das finde ich gut. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall ein paar Shortcuts freigeschaltet. Das ist toll. Aber wie komme ich denn jetzt nochmal? Okay, hier ist jetzt die Etappe, wo Artorias war. Wo bringt mich das dann hin? I'm very, 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 leicht confused. Achso, jetzt bin ich. Ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt bin. Ah, ja. Ich glaube, ich... Okay. Ich glaube, ich verstehe das. Erstmal will ich zur Eidechse, die da ist. Fungeltitoniert und grüne Scherbe. Das ist toll. Und Jungs, ich hau da mal ab. Ich will nicht von euch gegrillt werden. Oder aufgespießt, wohl eher. Aufgespießt war das richtige Wort. Fällt dir jetzt runter, ne? Juhu, dann geh ich erstmal zum Leuchtfeuer und raste erstmal, ey. Jetzt habe ich ja erstmal einiges an Wege gefunden. Okay, Kübel, was ist da unten jetzt genau? Ah, Kübel ist weg, oder? Kübel, oder? Wagen raus. Okay. Ich habe jetzt nur den Shortcut-Glock... Okay. Da muss ich schauen, welchen Weg ich noch gehen kann. Ja, eigentlich würde ich nicht rasten gehen. Da kommen alle Gegner wieder. Da habe ich eigentlich gerade keinen Bock darauf, dass da alle Gegner wieder spawnen. Das würde mir leicht auf den Sack gehen jetzt. Aber ich könnte leveln, ey. Ach, scheiß drauf. Ist Magnus ein relativ einfacher Gegner, oder sagst du, ist der schwer? Wer? Magnus, ist der schwer, oder geht das? Also ich und... Also ich habe ihn damals... Ich konnte nicht weiter. Also ich habe ihn mit Shorten gelegt. Und wir hatten beide schon Probleme. Kritische Treffer. Okay. Äh, kannst du mir ungefähr den Weg beschreiben? Nun. Ungefähr? Nee, okay. Gut. Gut, dann nicht. Äh, hier geht es jetzt runter, wa? Ja. Dann fahre ich lieber noch einmal runter. Gucke erstmal, ob ich da irgendwo noch eine Nebelwand finde. Ich bin menschlich, Alter. Ist so gefährlich, hier menschlich rumzurennen, ey. Kacke. Ach Gott. Schlund des Abgrunds. Erstmal die erste Folge von Stabilita in dort gucken. Mach du mal, mach du mal. So, da war ich ja jetzt komplett. Den Weg. Jetzt muss ich natürlich gucken. Ob ich hier wieder irgendwie hoch kann. Ich hab komischerweise auch keinen Fallschaden bekommen. Aber warum nicht? Hier komm ich ja nicht weiter. Shit. So, ne Leiter? Ich mache Wand. Ne. Gott im Himmel, steh mir bei. Oder so ähnlich. Nom, 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 nom. Nom, nom. So, da ist das. Hier ist Abgrund. Und, voll die Scheiße. Da ist Ichi drin. Witzschön, noch 20 Minuten, dann darfst du wieder sterben und mehr als 10 Flakons verwenden. Hm. 20 Minuten, bei mir ist noch eine halbe Stunde. Ja, so circa, es ist 20 nach, 40 Minuten hat er noch. Ach, hochgegangen bin ich nicht. Bin runtergegangen, oder? Bin ich runtergegangen? Ich kontrollier's nochmal, ich hab Angst. Boah, mir juckt es in der Nase, ne? Ich hasse das. Ja, hier war ich. Boah, ich mach hier, Leute, ganz kurz einen Cut. Ich will jetzt gleich wieder. So, Freunde. Da bin ich wieder. Habe meine Nase jetzt entjuckt. Ja. Bist du gestorben? Nein. Quatsch. Was macht er, wenn er beide gewinnt? Hä, wie beide? Na, wenn du nicht stirbst jetzt, hast du eine Schuld. Wolf dir ja ein Spiel. Ja. Ach, Wolf. Wolf schuldet mir nichts, Mann, ey. Es geht hier rein um die Ehre. Fertig. Boah, doch mehr Geister, fuck. Okay, dann habe ich anscheinend keine Ehre mehr. Ehre, was ist das? Fremdwort. Nee, aber ich meine, ich hasse es von Leuten, was geschenkt zu bekommen. Ich hasse das. Aber Wolf, was hast du gegen Soul, die dann hat? Es geht nicht mehr um Maka und so. Ja, aber trotzdem noch um Soul Eater und so. Das ist aber die Viber-Version, Alter. Ohne Scheiß. Das ist Edgy drinne. Das ist dieses Viber-Edgy, Alter. Kannst echt sagen, Soul Eater habe ich nicht geguckt. Jetzt gucke ich aber Soul Eater not. Toll, wa? Das gibt so viel Sinn. Boah, dieser Schlumpf ist... Ah! Oh! 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 Fast runtergefallen. Oh Gott. Jetzt bin ich wieder hier, okay. Weiß ich Bescheid. Da wartet ein Geist auf mich. Diesem werde ich jetzt zeigen, wo der Haken hängt. Wieso kriege ich keinen Fallschaden? Was soll denn das? Ha! Oh! Ins Gesicht, Alter. Batz. Was hast du hier für mich? Hilf mir, Maske! Hä? Was sind das für Masken, ey? Wolf? So, wie komme ich wieder hier hoch? Wolf? Ja. War das in Soul Eater auch so, dass das die ganz normale Welt ist und die in Death City sind? Also Death City war schon richtig, aber das war nicht in Amerika. Okay. Alter, alter, alter. Also das ist ein Gebiet hier, boah, das hat es irgendwie in sich. Auch wenn die Gegner nicht stark sind, irgendwie hat es das Gebiet trotzdem in sich. Was halt komisch ist, dass die in Amerika alle Japanisch sprechen. Ja. Genau, deswegen. Oh, das mag er. Okay, der letzte erste Stalkhorn wurde getrunken. Gott, soll ich da runter? Hilfe. Nein. Nein. Wieso? Wieso? Ja? Du kennst doch aus, äh, Seto Kai Yukidomo die erste Staffel. Ja. Die Karate-Clubmeisterin da, ne? Ja. Wo ich die Stimme so hart feier. Ja. In Soul Eater not hat Marka diese Stimme. Okay. Oh, oh, geil. Okay, er hat mir gar nicht gesagt, ich soll links, ich soll links gucken. Was ist links? Ja, links. Da, wo der da um rechts ist. Ja, ja, ja. Ne, ne, was ist links? Versuch's mit Absprung. Fick dich. Ey, soll ich das machen? Schmeiß doch erstmal einen Prismastein runter, dann weißt du es. Ey, danke.